Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Das ist sicher nichts für ein schwaches Gemüt. Sollten dir die aufgezählten Dinge nicht zusagen, schau doch auf dem Kanal vorbei, denn da gibt's auch noch schöne Minecraft Let's Plays. Oh Gott, guten Tag, oh Gott, schöne Nacht, oder was auch immer. Ihr wisst Bescheid. Outlast geht weiter und Katie spielt. Katie ist dran. Ja, oh Gott, okay. Wir waren in der letzten Folge unter dem Bett. Und wir sind da runtergefallen. Genau, und seid ihr heute durch die Explosion? Nein, 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 nein. Okay, gut. Denk dran, die Kaschnab ist fast leer. Am besten machst du direkt gleich... Na ja, aber darf ich nicht rein? Nee, dann nicht. Ja, okay. Jetzt, dann schon jetzt. War jetzt nicht komplett leer. Okay, du kriegst es hin. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendjemand... Wie sind wir da mal runtergefallen? Wir sind durch das da... durch das Explosion. Durch das Explosion? Ja, okay. Wow, 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 wow. Hast du es gehört? Hast du es gehört? Ja, da hat jemand gesprochen. Genau, geh ganz langsam. Ja, ich komm... Mach das Schnapp aus. Ich mach die an. Du musst dich die ganze Zeit anlassen, oder? Du kannst ja hier zwischendurch drücken. Da ist auf jeden Fall jemand. Ja, warte, lass mal, lass mal. Oh nein. Was denn? Nein, er guckt gleich unter das Band. Echt? Weiß ich... Weiß ich doch nicht! Ich bin ja kein Hellseher. Ich höre auf jeden Fall eine Stimme. Ich höre auf jeden Fall eine Stimme. Ich höre auch eine Stimme. Oh, oh, kommt der jetzt näher, oder was ist da los? Ich weiß es nicht. Ja, Mann. Ja, das ist jetzt... Was denn? Nix. Was denn? Nix, ich hab schon wieder Angst der Teule. Und ich mein... Ich will nicht da rausgehen, weil da steht ja bestimmt da. Aber ihr könnt doch nicht die ganze Zeit unter diesem Bett liegen bleiben. Ja, irgendwo da ist er, aber du... Ich glaub, der kommt nicht mehr hier rein, oder? Wir müssen hier rausgehen, wenn... Denk dran, wie man rennt und springt. Ja. Ja. Einfach mal rausrennen. Spring drüber, spring drüber. Da ist er! Geh hoch, geh hoch, geh hoch! Geh hoch, geh hoch! Renn irgendwo lang! Renn, renn, renn! Guck am besten auf den Boden, damit du dich ziehst. Da ist kein Bett zu verstecken. Doch, doch, doch! Ah! Oh nein, der hat mich schon gehabt. Hä? Der weiß doch, wo du bist. Ja, okay. Ah. Ja, sicher doch. Okay. Dann weißt du jetzt, wo er ist, dann schaffst du es zusammen. Komm! Wie soll ich das diesmal machen? Und dann... Ja, durchrennen und weiterrennen, nicht auf den Boden gucken. Direkt. Okay. Renn direkt. Renn, 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 renn. Rechts, 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 rechts! Der steht doch schon da! Ja, egal. Renn, 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 einfach geradeaus, renn, weiter geradeaus. Springen, springen, springen. Renn, 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 renn. Und... weiter, weiter, weiter. Links, links, links! Oh, da, da rüber. Okay. Oh, jetzt, links. Sehr gut machst du das, sehr gut machst du das. Guck, du längst gut. Da durch, da durch, da durch. Ja. Guck mal hinter dich, guck mal hinter dich, vorsichtig. Ist alles okay. Ich hab's geschafft! Ja, sehr gut. Aber warte, du hast noch nicht gespeichert, also... Doch, du hast gespeichert. Ja, du bist vorher jemand weggerannt. Sehr gut. Zum ersten Mal hast du es geschafft. Ja, dann. Ah, da waren wir bestimmt überall Batterien oder so, egal. Haben wir halt ein paar gesehen, aber keine Ahnung. Ja, wir haben fünf Batterien, das ist alles easy. Okay. Die Musik mache mich gerade irgendwie so ein bisschen... Okay. Okay. Okay, die Musik ist weg. Sehr gut. Soll ich vielleicht da hinten nochmal gucken? Kannst du gucken, wo du magst. Ach nein, ich möchte sofort weiter gehen. Guck doch mal wegen Akten und so'n Kram. Oder guck da drunter. Guck, wo du willst. Mach so, wie du magst. Nein. Nicht da hin? Nein, wir laufen lieber weiter. Lieber da, ins Dunkle. Ja. Ist gefährlich da. Okay, bist du bereit? Ich bin nicht bereit, ich hab Angst. Ich hab mir grad ein bisschen den Finger angehauen. Wo denn? Im Controller. Liegt da jemand auf dem Bett? Ja. Was soll der Scheiß? Oh, mein Herz. Mein Herz. Denk dran, die Taschenabwehr hat nicht... Irgendwie... Ja, aber ich muss doch meinen... Ja. Jetzt... Pfff. Chill doch mal. Okay, ich find das jetzt hier grad nicht so gut. Okay, mach mal rein. Da sind auf jeden Fall eingesperrte Menschen. Da ist jemand. Da ist jemand. Da ist jemand. Ist der lieb oder ist der böse? Ob der lieb ist? Guck ihn dir doch mal an. Er red mit dir. Juckt es dich? Du juckst also. Da ist ne... Da ist ne... Da ist ne Zelle. Guck du mal. Ne. Nein. Da ist nix drin. Ohhhh. Ne. Ich glaub, ich hab nicht was gewonnen. Sind alle nett? Die sind alle nett. Jetzt führst du ja auch mal mit dem Springen auf das. Die sind ein bisschen vergehen, ne? Ey. Siehst du seidig raus? Ich müsste in Geheimnis holen. Seidig? Oh, ein paar Batterien. Nein, du hast fünf Stück. Das sind nicht viele, viele. Boah, wie ich da durchgerannt bin, ne? Ich bin doch stolz drauf. Da ist auch nix drin. Ach ja, Katie, Katie. Ich weiß nicht, was in der anderen Richtung war, ne? Wo du eben nicht warst. Oh, das ist nicht so schlimm. Da war auf dem Wohnen was. Ne, doch nicht. Was ist denn so cool denn? Schwuchtel... Schwuchtel... Ne, achso... Schwester! Schwester! Ich hab Schwuchtel gelesen. Weißt du nicht was denn? Ich versuch'n bisschen lauter zu reden, sonst hört man dich ja schon gar nicht mehr. Ja. Wir fangen nämlich langsam an immer weiter, immer weiter ins Flüstern zu fallen. Weiter, weiter laufen. Nee. Okay. Ist da irgendwas? Ne... Auch nix. Okay. Ah, da muss man lang... schleichen. Nein. Ey, da da nochmal wieder gucken? Sag mal da rein, ja. Das wird jetzt ne lustige Stelle, glaube ich. Das wird jetzt... Aber da ist jemand! Ja, ja, das wird das Lustige daran. Versuch mal, versuch mal. Nein. Das schaffst du, schaffst du. Ja, das schaffe ich. Katie, du hast es geschafft wegzulaufen. Jetzt musst du noch schaffen, daran vorbeizufleichen. Mischel am besten noch ein bisschen mehr und flüstere noch ein bisschen. Jetzt hör auf, mich da hört an zu meckern. Das ist hier ganz schön schwierig, okay? Boah, mecker ich? Ja. Ich hab nur gesagt, dass man dich nicht überhaupt nicht versteht. Ja, alles läuft hier bei uns, oder? So. Hast du gesehen, wie das läuft? Ja. Da ist die Zelle mit so schönen Akten, ja. Da hat jemand auch ein bisschen AA gemacht. Ich mach auch mal schnell ein bisschen AA, wenn du grad musst. So. Okay. Fertig? Ja. Ist abgeputzt? Nee, brauchen wir hier drin nicht. Okay. Guck mal da rein. Na, ist okay. Okay, da kannst du entweder hoch oder da lang? Hast du da lang? Da kann man noch nicht lang, oder? Ja, kann man noch nicht lang. Ja, ja. Oh, meine Schlüsselkarte. Willst du in die Akten reingucken, oder? Soll ich mal gucken? Ja. Ah, das sind die Notizen. Mit B. Ja, ja, ja. Achso. Todenschein von Dr. Wernicke. Okay. Und der andere? Okay, da kann ich gestorben. Nachruf von Dr. Wernicke. Ja. Okay. Oh, Gott. Was? Was denn? Das wurde grad gespeichert. Ja, ist doch gut. Nein, ist nicht gut. Dann passiert jetzt irgendwas. Nein, es war schon so oft gespeichert, wo nichts passiert ist. Oh, Mann. Du gehst auch ganz nah an die Zellen. Ich will nicht so, bitte. Was? 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 Was war das? Was ist hinter dir jemand? Ja, ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ja, da hat mich halt jemand geschlagen. Von hinten. Hast du nicht gemerkt? Das war so... Ja, doch. Aber ich hab überhaupt nicht gemerkt, dass das jemand war. Da ist man. Geh nochmal hoch. Ja, ja, ich geh nicht mehr hoch. Da war wohl jemand. Ich muss erstmal so... Ich geh im Netz. Der andere will jetzt ein bisschen am Po fassen, wenn du an den vorbeischleißt. Ich verstehe dich schon schwer. Ja, wir sind alle lieb. Ey. Ich meine nur. Boah, ja, du hast ja auch recht, du hast ja auch recht. Ich muss ja ein bisschen lauter reden. Sie sagte mal, ich meckere sie an, wenn ich nur sage, sie haben nichts zu lachen. Mach mal endlich ein Licht an. Wo war der jetzt der Böse? Der war hier irgendwo gerade. Aber du hast doch gesehen, das ist rot geworden. Ja, ja, dich hat irgendwie ungeschlagen. Da in der Zelle. Willst du mal in der Zelle gucken? Da ist... Ah! Lass mich, lass mich. Nein, nein, nicht schon wieder da runter. Nein, ich will ja weiterlaufen. Ah, okay, okay, okay. Ich will ja weiterlaufen. Nein! Jetzt... Jetzt geh ich zur Seite. Ja, mach ich ja. Um Jottes Willen. Okay. Ich würde sagen, diese Zelle ist ein guter Ort, um in die nächste Folge einzutauchen. Ah, kurze Pause. Ich würde sagen, Pause machst du auch hier mit. Du brauchst das Zettel gar nicht. Okay, 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 okay. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, Katie hat sich doch gut angestellt, sie hat es geschafft, mal wegzulaufen. Gib mir einen Daumen hoch. Könnt ihr gerne eine Wertung da lassen, genau. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und... Tschüss! Tschüss!